Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force. Heute wieder dabei der Neo-Radar und der Neonatoren mit der Delta. Und wir zocken Eroberung auf Metro und das auf Hardcore. Und ich hatte ja versprochen die M5K nicht zu benutzen, deswegen werden wir die mal direkt auch wegpacken. Wir erhalten ja unsere Versprechen. Und wir sind auf der richtig guten Seite. Ja, Neonatoren, wenn du mal in meinen Squad reinkommst, wäre das nice. Alter, was war das denn hier? Wer sich reswitcht, Alter. Alter, wir wurden kurz reswitcht, ey. Oh mein Gott. Ja, und dann müssen wir halt gewinnen. Das hört sich nach einer ordentlichen Drachprügel für die Neonatoren jetzt an. Ich glaube, ich hole gleich die M5K raus. Nein, musst du nicht. Oh, toll. Drei gegen vier. Lass mal alle rüber gehen. Also aus dieser Seite hier. Angreifen. Ja, du bist ja, muss ich zu euch kommen. Warte hier noch. Warte mir noch auf Neo-Radar. Komm. Ich bin kein D-Zug. Rein. Scheiße. Oh Mann. Den Sniperl habe ich gesehen, aber den anderen nicht. Soll ich mal von der anderen Seite reinrennen, oder? Ja, ja, ja. Renn von der anderen Seite. Ich kipp hier mit Neo ein bisschen. Oh. Alter, das ist aber schnell. Warte. Okay, einer ist weg. Rein. Alter, ich... Weiß nicht. Warte, ich wiederbelebt dich. Ja, ich... Soll den tun, ne? Sag mal, keine Sorgen. Wir reißen das schon. Die kommen durch den... Die kommen durch den Eiern raus, hier. Alter, vertat einer ein Medikit? Negativ. Dreh ihn um. Den scheiße Typen hier. Nein, scheiße. Das sind Noobs, die nur mit einem MG rumrennen. Alter, was ist das für ein Noob-Clan. Ein, zwei, drei. Drei gegen sechs. Wollen die mal ein paar Leute hier rüber schicken? Drei gegen sechs, voll, ey. Okay, da hole ich mal die Eierke raus. Wir sind hierher. Wir könnten von drei verschiedenen Seiten angreifen. Ja, damit wenn einer durchkommt, kann der anderen da spawnen. Kneipe in Kattenhausen. Okay, ich hab zwei geholt. Wo geht's? 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 Granat ist unterwegs! Granat ist unterwegs! Alter! Ja, unsere Seite wird auch langsam voll. Wer ist im Teufel ist denn dieser Baba Istanbul? Verfolgt der uns? Das ist ein Starker. Der war. Der war, glaub ich, mal ein Partner-Klan drin. Der ist ein richtig guter Spieler, also. Ja, da hab ich vorhin gesehen, dass er mich dauernd auf die Eile genommen hat. Alter, wo zum Teufel war der? Ja. 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 Da hat er das ganze Ja, jetzt hab ich immer noch hier. kann ich noch mal ane. Wenn ich vorhin schaffst, ist das so ein Bauer. Was! Ich hab die M3-20, der hat den M3-20 in den Bauch bekommen und stirbt nicht. weißt du? Ja, das passiert öfters. Wir haben 89 Tickets. Dann, was noch? Ich renne mir. Los, 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 los. Der Hardcore hab ich vergessen. Da kommt ein Radar. Ja, M60. Da ist aber noch einer vor Ort. So, könnten wir vielleicht sogar noch packen. Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Ja, zumindest können wir ein bisschen Widerstand leisten. Achtung, das Einsatzziel wurde ero. Ja, so gut sind die aber auch nicht. Nee. Ich dachte, dass das so viele sind, ne? Ja, das sind jetzt nicht mehr so viele. Lass B verteidigen, das ist sicherer. Ja, dann kommen die nicht durch. Wir können uns wieder blieben. Okay, ich komm wieder zurück hier. Ich muss aber schon sehr gut zweifelt sein, dass wir mal die AEK spielen. Ja, also wir waren 3 gegen 6. Sag ich ja. M16 hab ich noch nie gespielt. Äh? Wo war denn der, ey? Weiter! Weiter, ich will dich. Nee, da ist noch einer. Die kommen alle rauf hier. Über die linke Seite. Was? Ja, geht doch noch. Echt? Gute 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 Gute. hier dann bitte in die richtige Richtung schießen. Also runter. Ja, aber. Ja, aber. Du bist so falsch gelaufen. Genau. Ja klar, ist jetzt meine schon gelaufen. Alter, Teamkill. Arzt, ich wollte dich wieder beleben. Der Ani Horn. Natürlich. Kommt von überall hier. Scheiße. Aber eine 3er KD. Und das ohne M5K. Wenn man jeden Tag Battlefield 3 tockt, dann geht das ja auch schon, ja? Ja, mich haben sie jetzt auch weg. Alter, ich spiel nicht jeden Tag Battlefield 3. Ich hab eine 4er KD. Pack dir ein Eis. Ja, hab ich auch vorher. Nein! Scheiße. Nein, hab ich doch. Warum hab ich nicht M320 reingeballert? Warum nicht? Hab ich mir auch grad gedacht. Wirklich. Hat's in der Hand gehabt und... Wär ein Doppelkill gewesen vom Feinsten. Theogast-Sensor. Theogast-Sensor. Boah, ich freu mich so sehr auf Battlefield 4. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Das wird einfach nur geil. Einfach geil. Einfach geil. Man. Warum das denn? Bin ich in der PS3? Ja, da müssen wir halt ein bisschen warten, bis die PS4 rauskommt. Ich wollte sie mir eigentlich sofort holen, aber mir wurde gesagt, äh, lieber nicht. Denn am Anfang wird sie ein paar Macken haben. Ja, ist eh klar. Für. Ja, anyone meint ja, dass, äh, es besser ist, wenn man sie sich sofort holt. Denn am Anfang sparen sie nicht an die Materialien. Ist aber offen. Hat alles seine Seiten, ja. Aber vielleicht verschwenden sie dann einfach ein Material, was einfach nicht so toll ist, ne? Äh, sie stürmen gerade übrigens A. Ja. Jemand muss aber hier bleiben. Okay, ich bleib hier. Okay, gut. Oder? Ich hab's gesehen, ich hätte noch fast gekriegt, aber... Ja, es sind mehrere, es sind mindestens drei oder vier Leute. So ein ganzes Squad nehm ich an. Wo haben wir im Eingang, ist einer? Okay, einer ist weg. Lauf vor euch, ich komm nach. Oh, da ist einer hinten anscheinend runtergesprungen oder so, keine Ahnung, wie er mich gekriegt hat. I don't know. Nein, ich hab ihn verfehlt. Und der kommt mir mit ner Armbrust, das darf nicht wahr sein. Anderes Haus, pass auf. Jo. Warte auf mich. Äh, jo. Danke. Oh, Alter. Teamkill. Ich wusste es. Nein, ich wurde gemestert, Leute, ich wurde gemestert, was macht ihr? Ja, nicht vom... Krieg euch. Ich bin für mich bei Kill 83. Okay. Ah, da ist einer oben. Da ist einer oben. Da ist einer oben. Wo ich gestorben bin. Da bin ich wieder runtergelaufen. Alter. Ja, ich hab ihn gekriegt. Ja, ich hab ihn gekriegt. Alter, ich krieg... Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich auch grad nicht, ey. Da ist einer. Da ist einer. M5K. Ah, der M5K? Ich bin unterwegs. Alter, aber er hat Teamkill. Oder Team... Teamkill dir. Habt ihr denn die Chance? Hey, die müssen ja spawn-backen. Ja. Hinter dir! Nein! Nein! Hä? Hä? Wie geht das? Der hat einen spawn-back unten, nicht oben. Da ist noch einer. Mann, das darf nicht wahr sein. Spawn-Break-Sit. Hilfe! Ich bin Ihr Bettenagel! Nake ist ein Gegner-Team. Ja, die sind sich hier rüber an-switchern, diese 1-2-P-Leute. Endet trotzdem nichts an der Tatsache, dass die schlecht sind? Nein! Ne, joh. Sorry. Das ist das zweite Mal, Alter. Sag mir jetzt nochmal, ich stand im Weg. Du standst im Weg und ich hab wieder einen. Und du hast gar keinen Service damit in der M23, wie geht das denn? Zurück mit äußerst. Vorsicht weiter vor. Ich will nicht so viel damit. Hättste wohl gedacht, du kleiner Wichst-Pisser. Achtung! Wir haben das Eintrachtstil neutralisiert! Over! Wir werden fett genagelt! Volle Wälder! Und das? Dürfen, da ist er ja. Eintrachtstil neutralisiert. Oh, unten ist... Ah, da ist Snake mit M23. Das darf nicht wahr sein, Alter! Der Snake. Unser lieber Snake. Unser lieber Snake, wo ist der? Da muss irgendwo zwischen A und B sein. Okay, ich versuche sie noch zu holen. Na, das darf nicht wahr sein. Jetzt kommen die auch noch mit Pumpen hoch. Und wie heißt der Jambalaya? Jambalia. Alter, was ist das denn für ein Name? Ich werde mich nie übernehmen. Ich hab doch alles. Außer es wäre mein eigenes. Du liebigen Franz. Das ist schlecht gegen mich. Na klar, ich habe eine SKS. Heißt Yookameda. Und meine Mutter. Da sagen wir lieber gar nichts zu. Von mir habt ihr noch eine. Ich glaube aber jetzt war ja nicht gar so schlecht. Wir können sogar positiv sein. Ich glaube aber nicht. Ja, 1712. Es geht. Es geht, ja. Dafür, dass ich eine schlechte Verbindung habe. Naja, Delta. Ich glaube wir haben es wieder mal geschafft hier, ne? Ja, schade nur, dass Nick nicht hier auf TS kommen konnte. Ja, sonst hätte ich ihn jetzt eh schon. Ja. Heiß abgerissen durch die Leitung hier, ne? Ja. Und damit war es auch schon mit diesen Let's Play. Und bis zum nächsten Mal. Okay, bye bye Leute. Ciao. Neorada, du kannst auch grüßen. Hallo. Roprost. Froh. Hallo. Hallo.